Wahrscheinlich liegt die Lösung näher als man denkt. Ja, eventuell. Ähm, weiß ich, wiegt er ja nur hier rüber. Hm. Gute Frage. Die Tür ist jetzt verschlossen, sonst gäbe es noch da die andere Möglichkeit. Und hier ist diese auch verschlossen. Die einzige Chance, die ich sehe, ist wirklich durch diesen Schacht. Hm. Aber hier scheint auch irgendetwas zu sein, oder? Mann, ich bringe da mal hier drauf. Sehr ehrlich. So. Ne. Die Chance besteht nicht. Ich sehe gerade keine Möglichkeit. Um ehrlich zu sein, absolut nicht. Es ist eigentlich nur die eine Möglichkeit hier. Wirklich. Es gibt keine weitere Öffnung. Ähm. Wirklich. So, mal gucken. Kann ich auch nicht wegschneiden? Boah, Mann. Das geht auch nicht. Ähm. Das geht auch nicht hier. Ähm. Das geht auch nicht hier. Vielleicht hier. Ja, hier gab es auch irgendwie die Möglichkeit. Aber das Ding ist jetzt komplett zerstört hier. Ist ja schade, die beiden sind jetzt tot. Hm. Goldner Schullöffel. Okay. Bringt mir das eventuell was bei einer Tür? Nö. Auch bei der Tür nicht. Sorry. Mann. Boah. Meine Fresse, ey. Die Steuerung ist manchmal echt zum Hühnermelgen. So. Hier gibt es nichts weiter. Ja. Ich kann auch nicht zwischendurch gehen. Nö. Ich fahr hier auch nicht durch. Und das wären auch nur auf diese Etage. Ähm. Die 7 vielleicht. Ich schaue nochmal überall so ein bisschen nach. Ich habe jetzt so einen komischen Löffel. Mit dem kann ich einiges machen. Kann ich hier eventuell noch was drauf packen. Oder sowas ähnliches. Einen Stuhl nehmen. Nehmen. Ne. 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 Ne kam ich echt nicht durch. Wenn ich jetzt so eine, ich weiß nicht, hier so etwas mache, komme ich auch nicht durch. Irgendwo muss doch hier eine Lösung sein. Ich bin hier gefangen in einem Raum, in dem ich nicht mehr rauskomme. Die Karte noch mal. Die 2. Die 4. Ja. Hmm. Ähm. Also mache ich jetzt das dicke Ding weg. Ähm. Hier unten war wirklich nichts. Ja, die Musik ist sehr ermutigend. Eine Falle, also etwas, wo man jetzt nicht so runterkriechen kann, gibt es hier auch nicht. Ähm. Journal. Ich bin zurückgekehrt. Hast dann ja auch die anderen mitgenommen. Äh. Äh. Aber hast... Aber hast du mich... Äh. Okay. Ähm. Und solange ich frei bin, gibt es keinen Ort auf diesem verdammten Planet, an dem du dich verstecken kannst. Ich muss aber... Hinein um jeden, ja, retten und so weiter. Das ist ganz gut. Ich werde nur Schimmel nicht durchkommen. Oder habe ich was falsch gemacht? Ich mache jetzt mal auf... Ja. Auf dem Punkt hier. Ich guck nochmal. Vielleicht habe ich ja was falsch gemacht. Na komm. So. Wiedersehen. Ja. Okay. Ich habe nichts falsch gemacht. Also es ging einfach nicht anders. Jetzt muss ich mal auf der Etage schauen wo ich bin. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Ich gehe noch mal gucken hier bei dem anderen Typen. Okay. Ich konnte einiges einsammeln. Ich kann nichts sammeln. Ich kann nichts sammeln. Das Ding wurde übernommen. Hier kommt man auch irgendwo durch. Die einzige Variante wäre nur hier hoch. Aber da muss ich mich wirklich mal selber spoilern. Sonst werde ich nie im Leben eine Lösung finden. Von da kam ich an. Ich könnte mir irgendwo etwas öffnen. Jetzt bin ich hier. Von da geht es nicht weiter. Jetzt gehe ich hier. Hier kann ich noch Bilder betrachten. Hier ist zu und so weiter. Hier ist keine Klappe ja nicht. Nee. Ich leh nur die Möglichkeit hier. Hier diese Öffnung. Da muss ich an mir rauf. Das wird eine Aufgabe werden. Okay. Ja. Schlecht. Meine Chancen stehen gerade ganz schön schlecht. Aber dafür muss es doch eine Lösung geben. Da muss ich echt mal schauen. Gut. Ich verabschiede mich erstmal hier heute. bis dann noch viel Spaß und Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020